Heyo Leute, hier ist Mo von GAMESON TV Dieser Part mal wieder leider unkommentiert Sorry, Outer City mal wieder Absturz, schon lange nicht mehr passiert Jetzt leider doch mal wieder Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Gameplay Ähm, ja, ich werde am selben Tag Auf jeden Fall noch ein zweites Video hochladen Als Ausgleich Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Dann wieder, bis dann, tschüss Da bist du Da bist du Ahhhh Ahhhh Dair Ahhhh Ahhhh Uhhh Get out of here! Get out of here! Get out of here! Ich muss sie besser sehen wollen. Ich muss sie raus, damit ich sie sehe. Ich muss sie raus, damit ich sie rauskomme. Ich muss sie rauskennen. 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 Das war's für heute. 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 Bekommst du diese Tür irgendwie auf? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.